Wenn ihr wissen wollt, welcher Film diese Woche im Remstal-Kino gespielt wird, dann bleibt dran! Zwischen Beutelsbach und Schneid gibt es gleich mehrere tolle Aussichtspunkte. Der vielleicht schönste davon ist das Remstal-Kino. Wer sich schon ganz früh morgens auf den Weg macht, der hat noch freie Platzwahl im wohl schönsten Kino Deutschlands. Seit der Erbauung zur Remstal-Gartenschau 2019 wird hier nur ein einziger Film gespielt, das Remstal in 3D. Je nach Wetterlage ändert sich das Programm fast stündlich. Hat man es sich erst einmal auf einem der hölzernen Kinosessel gemütlich gemacht, fehlt eigentlich nur noch das Popcorn. Das müsst ihr allerdings von zu Hause mitbringen. Das Remstal-Kino ist der ideale Platz, um den Sonnenauf- oder Untergang zu genießen. Auch für eine längere Pause bei einer Wanderung durchs Remstal ist hier genau der richtige Ort. Wenn ihr schon mal da seid, dann werft auch einen Blick auf die drei Riesen. Diese imposanten Felsbrocken wurden in den 70er Jahren im Rahmen einer Rebflurbereinigung hier aufgestellt. In der unmittelbaren Umgebung gibt es noch zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten. Also, wenn ihr mal in der Nähe seid, dann besucht auf jeden Fall das Remstal-Kino. Auf unserer Internetseite www.remsmurkanal.de erhaltet ihr alle Infos zum Remstal-Kino und den Ausflugszielen in der Nähe. Schaut einfach mal rein. Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, bis bald und bis zur nächsten Folge, euer Remsmurkanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bis bald darüber, bis bald und bis bald von Basis sehe. Wir oppchen jetzt den Ausflugzielen in der Nähe Glocken vibe. Das sind die nächste VerChr visão. Es kommt bei der simplas tarif Lift am teenage auf den Fall des Ausflugs работы und amByeber,